Hallo Freunde, ich darf euch recht herzlich begrüßen aus Thüringen. Ich habe euch heute wieder ein Lied mitgebracht, und zwar geht es da um die Vergangenheit. Ich ging so die Straße entlang und dachte so freundschieb, ich dachte so an die Vergangenheit, aber die kommt nicht mehr. Es war ja nicht alles so schlecht wie es war, ja auch sehr schön. In mir fühl ich die Vergangenheit, hab auch schon vieles bereut, aber jetzt wird es endlich Zeit, es muss endlich was geschehen. Ab sofort muss ich an die Zukunft denken, dafür bin ich auch bereit. Die ist so wichtig für das weitere Leben, denn es ist nicht mehr viel Zeit. Jetzt muss ich wieder positiv denken, denn das geht wieder gut. Positiv denken, positiv denken, das tut wieder gut und macht wieder Mut. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020